ah all righty then gut dann laufe ich noch mal schnell zurück zur basis und hole noch so ein bisschen stangen stangen und platten das braucht man eigentlich für eine miner ja gut dafür habe ich im grunde auch alles ja gut okay alles klar alles klar alles klar alles klar aber es würde mich auch mal interessieren was das da ist das ist bestimmt einfach nur eisen oder oh das ist bauxite ja warum nicht wenn es da schon steht dann nehme ich das gerne mit für was auch immer ich das brauche das weiß ich gerade wirklich noch nicht aber das kommt dann bestimmt an einem weiteren technischen fortschritt oh warte mal gimme that oh shit nein shit oh nein oh ah herauf hier sind noch mehr kisten gimme dem gimme dem all ich muss zwar trotzdem zurück zu meiner basis weil das noch lange nicht alles ist was ich benötige aber na was man hat das hat man so jetzt soll ich erstmal schauen oh shit okay ich bin auf dem dach aber aufs dach wollte ich jetzt nicht so ich wollte haben ein paar ein paar ein paar stammen ein paar platten schrauben ähm kabel stabile platten jaha ok alles klar so ähm wo war das hier hinten ah da hinten ah da hinten was ist das was ist das eisenex all right so das schöne ist durch mein jetpack bin ich jetzt auch wunderbar in der lage hier und da wie ein oder andere schnecke einzusammeln ich weiß jetzt nicht ob ich zu dieser darüber komme aber das werden wir gleich herausfinden denn ich meine ich komme ja auch hier rüber also warum nicht okay okay dann werde ich als erstes oh da ist auch noch eine schnecke die schnecken finde ich ja schon ziemlich wichtig dankeschön die andere schnecke war da ah hinten ist das einer das sieht nach einer gelben ist das eine gelbe gelbe okay das freut mich so zurück zu meinem ursprünglichen plan ihr wisst ja überhaupt nicht was ich vorhabe wo ich hin will und warum ich das hier alles tue also also wie gesagt ich habe letztens noch mal alleine gespielt und dabei habe ich etwas herausgefunden herausgefunden und zwar habe ich das hier gefunden meine Freunde ich kann es halt nicht zerstören und deswegen und deswegen wahrscheinlich auch keinen Miner drauf stellen ja aber ja huch quatsch 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 das ist ja alles nicht so wild weil ich diese äh weil ich diese kleinen Dinger hier habe ja noch einmal zur Erklärung ich habe eine Gummitastatur und dementsprechend kommt es schon mal vor dass ich daneben klicke ja so und nicht zu vergessen die weg einen habe ich noch so und jetzt muss ich mal schauen es wäre vielleicht auch schlau gewesen wenn ich die auf die Seite gestellt hätte aber gut gehen wir davon mal kurz weg warte mal habe ich ich habe Sprit dabei ich habe meine Kettensäge dabei ok alles klar pass auf Leute ich baue hier mal kurz einen Schmelzofen hin die Frage ist am besten machen wir mal machen wir mal so Schmelzofen an diesen Schmelzofen kommt ein Container ungefähr so dieser Container kann nicht verbunden ah geht immer noch nicht du dumm Sau gehen wir noch ein Stück weiter zurück und dann geht das auch ähm ähm ok das hätten wir und von da aus brauche ich dann einen Konstruktor diesen baue ich hier hin und dann brauche ich noch einen weiteren Container falscher Container noch einen weiteren Container das geht dann da rein damit die ganze Scheiße läuft brauche ich jetzt aber auch noch einen Biomasse Generator so so und nicht zu vergessen einmal Strom zack 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 so weit so gut ähm ich bin mir noch nicht ganz so sicher ob das jetzt so funktioniert wie ich mir das vorstelle ah aber ich denke ich denke eigentlich schon so gut